Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Kirche für Oberberg, zu unserem Weihnachtsgottesdienst. Hey, so schön, dass ihr online mit dabei seid. Wir begrüßen euch herzlich, wir sind schon so aufgeregt. Nach drei Jahren sind wir endlich mal wieder hier in der Schwalbe Arena. Und ich darf mich vorstellen, ich heiße Bernhard, ich bin Pastor hier in der Kirche für Oberberg. Und neben mir steht die Birte. Und wir wollen euch vor dem Gottesdienst schon mal ein bisschen abholen, was heute so passieren wird. Und uns einen kleinen Einblick geben, oder? Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite zur kleinen Pre-Show exklusiv für euch online. Und ihr seht vielleicht im Hintergrund, die Halle, die füllt sich schon ordentlich mit Leuten. Und nach drei Jahren Krise und Co. sind wir nun hier wieder und dürfen hier endlich wieder Gottesdienst feiern und ein wenig mehr Frieden wieder zu dir nach Hause bringen. Und jetzt, wo wir hier sind, interessiert uns doch umso mehr, von wo schaust du denn heute zu? Bist du im Zug, unterwegs, bist du vielleicht auch im Urlaub auf der Skihütte? Schreib uns das doch mal in den Chat rein. Wir würden uns freuen, wenn wir mit dir interagieren können. Ja, genau. Und vielleicht fragen sich ja die Online-Zuschauer, vielleicht kennt ihr uns, vielleicht aber noch nicht so gut, was passiert hier, was machen wir heute hier? Wenn du aus dem Oberbergischen kommst, weißt du, dass wir, kennst du wahrscheinlich die Halle 32. Das ist die Halle, wo wir als Kirche für Oberberg alle zwei Wochen Gottesdienst feiern. Und aber was uns besonders ausmacht, ist, dass wir Gott lieben. Und ich hoffe, dass du es heute auf jeden Fall spürst, dass wir Gott lieben, dass wir Menschen lieben. Und das soll durch all unsere Veranstaltungen sichtbar werden. Das liegt uns total am Herzen. Genau. Aber wir lieben es auch zu feiern. Stimmt's, Birte? Absolut. Genau. Und deswegen haben wir auch diesen Gottesdienst hier in der Schwalberin, weil wir dieses große Ereignis mit sehr, sehr vielen Menschen, mit 4000 Menschen feiern wollen. Aber dieses Event, das kommt nicht irgendwie hier alleine in die Halle, sondern es braucht ganz, ganz viele Helfer. Und es waren über 100 Menschen einfach aktiv an diesem Gottesdienst beteiligt. Das sind so unsere freudigen Unterstützer. Das schafft man nur zusammen, oder? Ja. Wo du es gerade erwähnt hast, hier sind so viele Leute aktiv gewesen, egal ob in der Konzeption oder vor der Bühne, hinter der Bühne. Nicht nur in den letzten Stunden und Tagen, auch in den letzten Wochen. Und da haben wir gedacht, woher ihr vielleicht zu Hause dann konkreteren Einblick haben wollt, würde ich mir jetzt mal einen zweiten Kameramann suchen. Und wir gucken uns mal, was so direkt vor der Bühne los ist. Super. Dann verabschiede ich mich, oder du verabschiedest dich jetzt. Und wir sehen dich gleich wieder aus der Menge unten. Genau, ihr Lieben, es gibt einen Livestream. Ich schaue da jetzt einfach mal kurz rein, deswegen hole ich jetzt mein Handy raus. Da war schon einiges los im Live-Chat. Den dürft ihr gerne verwenden. Und schreibt doch gerne mal rein, woher ihr schaut. Und die erste Meldung habe ich schon bekommen. Oh, das geht jetzt richtig los. Das scheint so die weiteste Ort zu sein, wo ihr zuschaut. Aus den Philippinen schaut ihr zu. Hallo, Herr Herzli. Das ist ja der Hammer. Ich schaue sonst noch was rein. Wo kommt ihr sonst noch her? Von zu Hause. Wo ist zu Hause? Ich weiß es nicht. Das ist der schönste Ort auf jeden Fall. Zu Hause. Aus den Philippinen. Was haben wir hier noch? Ich weiß, dass einige aus Rebel Road. Das ist hier ganz in der Nähe. Also ich glaube, von fern und nah schaut ihr zu. Das ist richtig gut. Ich weiß, einige von euch sind krank geworden. Und schaut deshalb diesen Gottesdienst online zu. Ihr würdet so gerne in der Halle sein. Aber wir wollen euch mitnehmen. Einfach lasst dich auf dieses Ereignis ein. Und ich habe jetzt eine Person, die wir gleich auf der Bühne sehen werden, eingeladen. Und das ist die liebe Nathalie. Hallo. Hallo. Genau, Nathalie. Dich sehen wir gleich auf der Bühne. Wir verraten noch nicht, was du machst. Aber welche Leute stehen auf der Bühne? Sind das alles Profi, die engagiert sind? Oder wie hast du die Leute kennengelernt? Also wir haben heute das Kompliment bekommen, dass wir wirklich Bundesliga sind. Also wirklich sehr weit oben. Aber die meisten sind einfach Ehrenamtler. Also einfach Leute von der Kirche, die einfach hier mithelfen wollen. Genau. Das hat der Hallenmanager hier von der Schwalber, Rena, gesagt. Ihr seid alles Laien, aber ihr spielt Champions League. Das dürfen wir natürlich nicht über uns sagen. Aber das sagen andere. Wir wollen einfach unser Bestes geben. Aber wir sind keine Profis und es geht auch nicht in Perfektion. Aber es geht einfach, das Beste zu geben. Und dich sehen wir gleich auf der Bühne in einem, was für einen Teil? Ich glaube, kreativen Bereich. Wir dürfen nicht viel verraten, oder? Ja, voll. Also das ist voll meine Leidenschaft, Kunst und Kirche zu verbinden. Deswegen dürfte ich auf etwas Kreatives freuen. Genau. Und das, was du auf der Bühne gleich machst, das machst du tatsächlich auch beruflich, aber auch in der Kirche, im Ehrenamt. Das ist so cool, dass du verbindest. Genau, es ist ja Weihnachten, ne? Wie feierst du eigentlich Weihnachten? Oh, ich fahre gleich zu meiner Schwester und dann feiern wir mit ihrem Mann und auch den Kids zusammen. Und morgen fahren wir dann zu der Familie, zu meinen Eltern, wo die anderen auch schon da sind. Und ich war in der Generalprobe schon dabei und ich freue mich einfach auf deinen Part auch. Und deswegen verabschieden wir die Nathalie, die ich fertig machen kann für das Bühnenprogramm. Nathalie, vielen Dank, dass du dabei warst und viel Spaß gleich auf der Bühne. Und ich glaube, wir können jetzt runterschalten zu Birte. Ich glaube, sie hat ein paar Interviewpartner gefunden. Einmal von oben runter, direkt hier ab, mitten in den Gottesdienst. Und ich habe mir auch schon einen fleißigen Interviewpartner dazu geholt. Den wird der ein oder andere vielleicht auch schon kennen. Das ist unser leitender Pastor Harry. Und der wird uns noch so ein bisschen was erzählen, was jetzt hier alles abgegangen ist. Harry, warum machen wir das Ganze überhaupt? Erstmal, ihr Lieben, Birte sieht heute Hammer aus, oder? Ich finde sie wunderhübsch. Warum wir das Ganze machen? Wir wollen einfach den Menschen Hoffnung geben. Wir leben in einer Zeit, wo wir gedacht haben, es gibt Krieg, es gibt Energiekosten. Die Leute haben Angst und Sicherheit. Und wir haben gedacht, wir wollen Liebe, Frieden, Hoffnung aussteilen. Und deswegen machen wir das. Das ist der Grund. So, so cool. Danke dir dafür. Aber so ein Gottesdienst, der bringt ja ganz schön viel Tamtam mit sich. Wie liefen so Vorbereitungen ab? Ja, von außen sieht alles natürlich jetzt schön aus. Aber wir haben schon Monate vorher angefangen zu planen, zu machen, zu organisieren. Dann sind Leute ausgefallen, die krank geworden sind, neue mussten ran. Aber wir haben gedacht, egal was kommt, wir ziehen das Ding trotzdem durch. So, so gut. Und letzte Frage. Was ist dein Herz für jeden Besucher, sowohl hier als auch da vor der Kamera? Ihr Lieben, wir wünschen uns, wir wollen einen Raum schaffen, wo du Gott begegnen kannst. Das ist unser Herz. Wir wünschen uns, dass Leute eine Begegnung mit Jesus haben. Und wenn er in unser Leben hineinkommt, dann wird alles irgendwie gut. Und das ist unser Herzenswunsch, dass du eine Begegnung mit Gott hast. So, so gut. Danke dir. Ich entlasse dich auch schon, da wir gleich uns mit der Moderation abwechseln. Aber ich habe noch einen zweiten Interviewpartner mitgebracht, der jetzt zu mir kommt. Und das ist einmal der Daniel Wolf, auch einer unserer Pastoren. Und mich interessiert, wie viele Leute waren hier aktiv, wie viele Leute haben mitgearbeitet. Also wir haben ja schon bereits im März angefangen. Von daher, wenn man alles zusammenrechnet, sicherlich weit über 200 Leute. Aber jetzt in den letzten fünf Tagen oder vier Tagen, wo wir hier waren, waren es ungefähr 200 Personen, die hier beteiligt waren, unterschiedlichen Teams, Welcome, Catering, die ganzen Mitarbeiter mussten versorgt werden, Production, ganz viel Technik natürlich, was hier aufgefahren wurde. Wahnsinn, Wahnsinn. Und du bist ja gleich auch noch mit auf der Bühne aktiv, wirst uns noch die gute Nachricht sehr gut weiterbringen. Und da frage ich mich, worauf dürfen wir uns denn gleich besonders freuen? Ich glaube, dass es sehr emotional wird heute auch, weil das Thema berührt uns ja. Wir haben ganz viel in unserer Welt, was auf uns einprasselt, wo wir auch Unfrieden erleben, im Außen, aber auch im Innen. Und wir lernen auch Geschichten kennen, Menschen kennen, die Frieden erlebt haben, auf besondere Art und Weise, übernatürlich. Und das berührt, und das wünschen wir uns alle. Deswegen glaube ich, das ist so ein Highlight, worauf ich mich freue. Ja, sehr, sehr cool. Und gibt es noch was, was du den Zuschauern gerne mitgeben wollen würdest? Ja, ich wünsche euch, dass ihr euch auf diese Botschaft einlasst. Und heute wirklich auch, auch wenn ihr online dabei seid, wenn es darum geht, euch zu öffnen für das, was Gott tun möchte, euch darauf einzulassen, auf diesen Frieden einzulassen. Das wünsche ich euch. Sehr cool, vielen lieben Dank, dann entlasse ich dich auch in deine letzten Vorbereitungen. Einen guten Gottesdienst hier gleich. Ja, und ich würde sagen, wo man hier sieht, dass sich die Reihen so gut füllen, hier sind Leute sehr vorbildlich gewesen. Und ich dachte, wir sprechen vielleicht mal den einen oder anderen an, wie früh die so da gewesen sind. Liane, darf ich dich einmal kurz stören? Ähm, Weile? Ich würde nur fragen, um wie vor warst du heute hier, dass du so einen vorbildlichen Platz erreicht hast? 20 nach 3. 20 nach 3. Sehr gut. Und wen hast du heute mitgebracht? Meine Schwester und ihren Partner und ihre Tochter und meine andere Schwester. Also ein paar Leute. Fast die ganze Reihe gefüllt. Wie geht es denn bei euch nach dem Gottesdienst weiter? Wie feiert ihr Weihnachten? Wir machen das oft so, dass wir es ganz einfach halten. Also wir werden heute Sandwich Toast zusammen machen. Meine jüngste Tochter wird einen leckeren Nachttisch vorbereiten und dann gibt es Bescherung und einfach gemütlich zusammen sein. Sehr cool. Vielen lieben Dank dir. So, und jetzt muss die letzten Minuten losgehen. Ihr habt es vielleicht gerade schon gehört. Schalten wir noch einmal kurz hoch zum Bernhard. Vielen lieben Dank, Birte. Das war ja ein echt schöner Einblick so in die Reihen. Und ja, die Spannung steigt bei mir auch. Ich habe mal ein bisschen in den Chat reingeguckt. Ich finde das ja wirklich, wirklich verrückt, woher die Leute überall kommen. Aus Texas. Matteo, ja, herzlich willkommen aus Texas. Hammer. Heidelberg, Südafrika, Rebel Road, Philippinen. Mir ist ja alles dabei. Und einige haben auch geschrieben, dass sie krank zu Hause sind. Da wünschen wir natürlich gute Besserung. Aber genießt den Gottesdienst einfach. Und wir haben jetzt noch einen Tipp für euch, ein Weihnachts-Heilig-Abend-Tipp. Wollt ihr den hören? Liebe Online-Chat-Besucher, ich glaube, ihr wollt den hören. Und zwar, wenn du einen schönen Moment in deiner Familie oder mit deinen Freunden kreieren willst, wird es schon wieder am Start, komm einfach mit dazu. Dann haben wir jetzt einen heißen Tipp für dich, wie du Weihnachten feiern kannst. Und zwar geht es ganz, ganz einfach. Ihr nehmt einfach ein weißes Blatt Papier. Und auf der Rückseite schreibt ihr euren Namen hin. Also wenn ihr Hans heißt, schreibt ihr Hans, aber ansonsten euren eigenen Namen. Genau, und auf der Vorderseite fangt ihr an, oder ihr gebt das Blatt dann weiter. Und der linke Partner zum Beispiel schreibt dann einen Satz oder zwei Sätze auf, eine Ermutigung, irgendetwas, was er ganz besonders an dir schätzt. Und so geht das Blatt immer rum. Und am Ende hast du dieses Blatt wieder mit einigen Ermutigungen, die andere über dich ausgesprochen haben. Vielleicht hast du es nie gemacht, denkst, wie krass ist das denn? Versuch es aus, das verändert die Familienatmosphäre. Das heißt, ich muss noch was erklären, wenn jemand was aufschreibt, dann klappt man das zusammen oder knickt man das Blatt. Ich hoffe irgendwie, dass sie es verstehen, was ich hier sage. Wenn du es geknickt hast, dann gibt es es deinem Nachbar weiter, der schreibt was drauf. Und der Nächste knickt das wieder, sodass man nicht lesen kann, was da drauf steht. Genau, das als kleiner Heiligabend-Tipp oder Weihnachtstipp, wie ihr die Zeit mit eurer Familie verbringen könnt. Birte, feierst du auch Weihnachten? Wie feiere ich Weihnachten? Unsere Familie ist tatsächlich ganz schön zerstückelt, aber die sind heute alle hierhin. Die sitzen auch irgendwo unten mitten im Gottesdienst, kommen aus Kiel, aus Bayern. Und unsere kleine Familie von sechs findet sich so bei uns zusammen. Und bei uns gibt es so ganz traditionell Wute, wie man das andere von Thanksgiving oder so kennt, die mein Papa am Vorbereiten ist. Wie feierst du denn Weihnachten? Ja, ich feiere mit meiner Family. Ich habe drei Kinder und mein Schwiegersohn ist auch dabei. Das heißt, wir sind heute zu sechst. Und es gibt natürlich gutes Essen. Und danach gibt es die Bescherung. Und dieses Spiel, das haben wir schon mit der Familie gemacht. Das war echt ein richtig schöner Familienmoment. Den werden wir mit Sicherheit auch wieder machen. Und ja, dann gibt es Bescherung. Danach gibt es irgendwie einen Kaffee, Kuchen. Und auf jeden Fall wird zu viel gegessen. Das weiß ich jetzt schon. So wie immer. Deswegen, genau, der Anzug geht jetzt noch zu. Danach wahrscheinlich dann nicht mehr. Ja. Genau. Kannst du dich noch an irgendein Weihnachtsgeschenk erinnern, welches du bekommen hast? Also an Weihnachtsgeschenk erinnern kann ich mich auf jeden Fall. Ich glaube, was so interessant für die Zuschauer sein könnte, ich hatte letztes Jahr, hat mir mein Mann eine wunderschöne Ohrringe geschenkt. Man muss dazu sagen, die habe ich mir vorher gewünscht. Aber als ich die ausgepackt habe, hat meine Mama gesagt, oh, was hat der Christian, so heißt mein Mann. Natürlich, was für einen tollen Geschmack hat der. Und ich konnte es wirklich nicht übers Herz bringen, denen zu erzählen, dass ich mir die extra gewünscht habe. So, das ist das Familiengeheimnis. Das ist jetzt gelüftet vor über 4000 Menschen. Genau, aber die sitzen jetzt schon Glück unten. Von daher, die kriegen es nicht mehr. Ja, genau. Die sollen auch nicht den Gottesdienst nachschauen. Sehr, sehr cool. Kannst du dich dann auch noch an ein Geschenk erinnern? Ich kann mich erinnern. Vielleicht erzähle ich es genau nach dem Gottesdienst. Aber es geht gleich los. Deswegen, schön, dass du mit dabei bist. Und es ist ein Riesenevent. Wir sind total aufgeregt. Aber das, was wir uns für dich wünschen, wofür wir beten, ist, dass du in deinem Herzen, in deinem Leben Frieden findest. Wir sprechen heute über den Friedefürst. Und ich war bei der Generalprobe schon dabei. Und das hat mich total bewegt. Und Weihnachten ist nicht nur ein schönes Fest, sondern du darfst den Frieden in dein Herz nehmen. Deswegen, wie kannst du es tun? Neh nur einfach vielleicht ein kurzes Gebet in deinen Gedanken. Sprich, Jesus, Gott, wenn es dich gibt, dann schenk mir in meiner Situation, dort, wo ich Unfrieden habe, einfach deinen Frieden. Und das wünschen wir dir. Und so wünschen wir dir einen schönen Gottesdienst. Genieß es, lehn dich zurück und genieß die Kreativität, die wir im Gottesdienst jetzt haben. Genau. Macht's gut und wir wünschen euch Gottes Segen. Genieß den Gottesdienst. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Weihnachtsgottesdienst der Kirche für Oberberg. Gleich geht es los. Amen. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 O Jesus Christ isật, it's Christmas. Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh. Salvation is dawning. Hear the shepherds send, O'er the first, O'er. Redemption is calling. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Oh, 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 oh It's Christmas morning Come and see what the angels sing It's a blessed morning God so loved that He gave His Son Oh Jesus Christ is coming Oh Jesus Christ is coming It's Christmas It's Christmas It's Christmas Herzlich Willkommen! Es ist Heiligabend in der Spalber Arena So schön, dass wir gemeinsam, jung und alt, alle Generationen gemeinsam Weihnachten feiern dürfen. Wir als Kirche, wir lieben es zu feiern und wollen dir Danke sagen, dass du deine kostbare Zeit mit uns verbringst. Ihr Lieben, ihr seid aber nicht die Einzigen, die zuschauen. Wir haben viele Leute, die online zuschauen, die so gerne hier sind, wären, aber krank sind oder weit weg wohnen. Was haltet ihr davon, wenn wir den Online-Leuten einen fetten Applaus geben und ihnen gute Besserung wünschen. Aber richtig laut! Dankeschön! Die Geschichte von Weihnachten berührt die Menschen schon seit Jahrhunderten. Ich weiß nicht, wie deine Weihnachtszeit ist. Wenn du an Weihnachten denkst, ist es für dich eher eine schwierige Zeit? Oder ist es eine glückliche Zeit mit schönen, freudigen Erinnerungen? Wir als Kirche wünschen uns für dich, dass du Weihnachten als das erlebst, wie Gott sich das gedacht hat. Gott kommt auf diese Welt. Er ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Gott hat eine Hoffnung und Zukunft für dein Leben, für jede Situation. Und in diesem Sinne wünschen wir dir ein unvergessliches Fest heute Abend. Weil es gibt eine wunderschöne Tradition an Heiligabend. Man singt gemeinsam, oder? Dann hebt euch mal auf, erhebt euch, steht mal auf und lasst uns gemeinsam auch in diesem Heiligabend Gottesdienst Lieder singen. Und in diesem Heiligabend. Herbei, O ihr Gläubige, fröhlich triumphierend, O kommet, O kommet nach Binnenhöhe. Sehe das Kindlein, uns zum Heilgeruch, O lasset uns anbeten, O lasset uns anbeten, O lasset uns anbeten, den König. Herbei, O ihr Gläubige, O lasset uns anbeten, O komm, singet dem Herre, singt ihr Engelchöre, frohlocket, frohlocket, ihr Selige. Ehre sei Gott in Himmel und auf der Erde, O lasset uns anbeten, O lasset uns anbeten, O lasset uns anbeten, den König. Herbei, O ihr Gläubige, O lasset uns anbeten, Herbei, O ihr Gläubige, O lasset uns anbeten, Du König der Ehren, Herrscher der Herrscharen, connessั cosa, Gott ein Zach, Jesus ist anbeten, dem König der Herrsch studying, Oh, lasset uns anbeten, oh, lasset uns anbeten, den König. Herbei, oh, ihr Gläubige, oh, lasset uns anbeten, herbei, oh, ihr Gläubige, oh, lasset uns anbeten, oh, singt Halleluja, oh, lasset uns anbeten, oh, singt Halleluja, oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten, oh, lasset uns anbeten. Heilige Nacht, die Sterne hell erstrahlen, ein großes Wunder wird wahr heute Nacht. Bitten im Feld erscheint ein Bote Gottes und große Freude hat dieser Gebrach. Ein Hoffnungsstrahl erfüllt die ganze Erde, für alle scheint das neue helle Licht. Falt auf sich wie, oh, hört die Engel singen, oh, Heilige Nacht. Heilige Nacht, da Jesus zu uns kam. Oh, Heilige Nacht, da Jesus zu uns kam. Unsere Herzen fassen kaum das Wunder voll Ehrfurcht sehen, wie das Kind in dem Stall. Weit strahlt das Licht und auf der ganzen Erde erklingt das Lob und der Dank überall. Der Herr der Herren liegt in einer Krippe, er kam für uns als Retter in die Welt. Zeit! Seht weit auf die Knie, oh, hört die Engel singen. O Heil, in Nacht, da Jesus zu uns kam, weit, hoch, weit auf die Knie. O Heil, O Heil, die Engel singen. O Heil, in Nacht, da Jesus zu uns kam. O Heil, in Nacht, da Jesus zu uns kam. O Heil, in Nacht, da Jesus zu uns kam. O Heil, in Nacht, da Jesus zu uns kam. O Heil, in Nacht, da Jesus zu uns kam. Ich wünschte, ich könnte die nächste Zeit vorspulen. Jesus schenk, dass ich einschlafen kann. Bis dahin, wo alles wieder in Ordnung ist. O Heil, in Nacht, da Jesus zu uns kam. O Heil, in Nacht, da Jesus zu uns kam. O Heil, in Nacht, da Jesus zu uns kam. Wir leben in einer Zeit, in der man das Gefühl hat, dass irgendwie unsere Gesellschaft zerrissen ist, oder? Uneinigkeit, Streit über Klima, über Corona, Energiekrise, Kriege. Und wenn man nicht so denkt, wie der andere wäre, dann fangen wir an zu streiten. Wehe, du denkst nicht so wie ich. Vielleicht hast du das im letzten Jahr erlebt. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass wir alle viel mehr gemeinsam haben, als wir denken. Wir haben viel mehr gemeinsam, als wir denken. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Ich möchte euch mal bitten, dass ihr alle euer Handy rausholt. Vermutlich habt ihr fast alle ein Handy. Holt mal eure Handys raus. Jetzt dürft ihr das im Gottesdienst. Und macht mal eure Taschenlampe an. Holt mal eure Handys raus. Macht mal eure Taschenlampe an. Genau, halt die mal hoch. Wunderbar. Schaut euch mal um, wie das aussieht. Und jetzt machen wir das so. Ich werde euch eine Frage stellen. Und wenn diese Frage auf dich zutrifft, dann darfst du deine Taschenlampe hochhalten, okay? Mach mal so. Okay, die erste Frage. Wer von uns liebt es, von Herzen zu lachen? Ja, guckt euch mal um. Der da vorne hat keinen Bock zu lachen. Aber die meisten freuen sich, dass sie lachen dürfen. Die zweite Frage. Wer von uns hat da schon einmal eine richtig schlechte Frisur? Freunde, so viele Gemeinsamkeiten. Und jetzt? Wer von uns möchte nicht, dass Bayern München Meister wird? Nicht? Ja, das habe ich gehofft, Freunde. Ich danke euch. Ich danke euch. Ja, ein paar Buen, aber die darf immer nicht hin. Da darf immer nicht hin. Jetzt eine ganz wichtige Frage. Wer von euch knutscht oder küsst gerne? Herrlich. Wer von euch hat in diesem Jahr das Gefühl von Angst und Unsicherheit erlebt? Das ist auch gekommen. Wer von uns hat in diesem Jahr Einsamkeit erlebt? Danke für deine Ehrlichkeit. Wer von uns wurde in diesem Jahr von Menschen enttäuscht? Vielleicht von Geschäftspartnern, von irgendwem? Und wer von uns hat in diesem Jahr andere Menschen enttäuscht? Ihr Lieben, ich möchte euch von Herzen Danke sagen für eure Ehrlichkeit. Und wir müssen gar nicht so weit aus dem Fenster schauen. Wir erleben das ja selbst in uns drinnen, in unseren Häusern, in unserem Zuhause, in unserem Herzen, diese Unruhe, dieses Chaos, das da ist. Und egal, wer du bist und wo du bist, Gott möchte in dieses Chaos hineinkommen. Er möchte in diesem Sturm kommen und sagen, ich kenne das. Ich will dir Frieden geben. Jesus ist der Friedefürst. Und seine Mission ist es, uns Menschen Frieden zu geben, da wo wir sind. An Weihnachten geht es nicht um Kitsch oder um einen falschen Frieden. Worum geht es an Weihnachten? Die Kinder zeigen uns jetzt in einem besonderen Krippenspiel, worum es an Weihnachten geht. So, Leute, jetzt geht mal alle in eure Aufstellung. Hallo? Aufstellung? Das ist die letzte Probe, bevor wir mit der Aufführung starten. Also, ist das jetzt die Generalprobe? Ja, genau. Also, los geht's jetzt. Aber die Tina ist doch krank. Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Die sollte doch die Erzählerin sein. Was machen wir denn jetzt? Ist doch kein Problem. Ich mach das mal schnell. Also, da war so ein Kaiser und der wollte unbedingt, dass jeder in die Stadt geht, in der er geboren wurde. Und Maria und Josef mussten da mitmachen. Deshalb sind die von Nazareth bis nach Bethlehem gelaufen. Blöd war, dass Maria schwanger war. Kann weitergehen. O Josef, lieber Josef mein, wo betten wir unser Kinderlein? In Bethlehem suche ich ganz schnell ein Bettlein für das himmlische Kind. In Bethlehem suche ich geschwind. Hab ich doch gesagt. Aber es hat sich nicht gereimt. Warum muss ich denn alles reimen? Ja, das wollen die Leute da draußen so. Es muss so richtig schön kitschig sein. Okay, na gut. In Bethlehem suche ich geschwind ein Bettlein für das himmlische Kind. Ob hier die Herzen offen sind für das rettende himmlische Kind? Ich klopfe an diese Tür geschwind und frage, ob die Herzen hier offen sind. Poch, Poch, Poch. Wer stört mich inmitten der heiligen Nacht, inmitten meiner Weihnachtspracht? O Wirt, o Wirt, habt ihr geschwind ein Bettlein für das himmlische Kind? O Josef, o Comet, ach, blöder Wirt. Gar nicht, blöder Wirt. Mach weiter. O Fort von hier, du himmlisches Kind, dein Platz ist zwischen Esel und Rind. Das ist doch so ein Quatsch. Welcher Wirt würde so eine schwangere Frau wegschicken? Ja, der nicht so nette Wirt und der bist du. Also, weiter geht's jetzt. Ähm, Josef, dein Text nochmal, bitte. Meine Frau hat solche Schmerzen. Bitte öffnet eure Herzen. Würde ich ja gern, aber ich muss euch rausschmeißen. Oh, dein Text, Wirt. O Fort von hier, du, was weiß ich. Aber komm nochmal wieder, wenn das Stück vorbei ist. Dann hab ich ein Zimmer für euch. Ach, ein Stall würde uns doch schon reichen. Nee, lass mal, wenn das himmlische Kind zur Welt kommt, soll das schon ordentlich zur Welt kommen. Ich hab in Zimmer 1 noch ein Pfarrer-Ehepaar. Das könnte ich umquartieren. Boah, Wirt, jetzt reicht's mir aber. Dein Herz ist zu. Hä? Aber Josef sagt doch andauernd, öffnet eure Herzen. Ja, der sagt das nicht zu dir. Der sagt das zu den Zuschauern. Die Zuschauer sollen ihre Herzen öffnen und ihren Frieden mit Gott machen. Aber die Zuschauer kommen doch nur, um einen kitschigen Weihnachtsgottesdienst zu haben. Dann fahren die nach Hause, reißen die Geschenke auf, machen den Fernseher an und versuchen die nächsten Tage mit möglichst wenig Streit auszukommen. Toller Friede. Ja, darüber können wir nachher reden. Können wir jetzt endlich mal weitermachen? Ich bin aber ein Lieberwirt. Ja, ist gut. In echt bist du ein ganz, ganz Lieber. So, können wir jetzt mal in die nächste Szene starten? Äh, die Erzählerin bitte. Aber die Tina ist doch krank. Oh, kann grad mal jemand anderes? Ja, also da waren so Hirten auf einem Feld. Das ist so eine Art Aufpasser für die Schafe. Und es war mitten in der Nacht und arschkalt und plötzlich kam ein Engel und die hatten richtig Schiss. Ja, so ähnlich. Fürchtet euch nicht, ihr Hirtenleut. Ich verkünde euch große Freude. Allen Volk an allen Toren, denn der Heiland ist geboren. Er bringt Frieden auf Erden und lässt Liebe in Herzen werden. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Halt falsch. Der Text geht, bin ich auch nur ein Hirtelein, ich öffne dir mein Herzelein. Ist doch fast dasselbe. Ja, aber eben nur fast. Hä, aber alles was wichtig ist, war drin. Jesus soll ins Herz kommen. Es hat sich gereimt, war schön kitschig und keiner hat's kapiert. Oh man. Sie hat recht. Wieso hat nur der Hirte sein Herz geöffnet? Jeder braucht doch Frieden mit Gott. Wenn das Jesus Baby für diesen Frieden sorgt, dann ist das doch vor allem mega wichtig. Genau. Und wenn wir wollen, dass die Zuschauer kapieren, dass sie auch für Jesus offen sein sollen, dann müssen auch in unserem Stück solche Leute ihr Herz öffnen, die so drauf sind wie die Zuschauer. Ja, und wer soll das bitte sein? Ich zum Beispiel, der Wirt. Ich möchte auch diesen Frieden im Herzen haben und Liebe weitergeben. Und deshalb habe ich mir folgendes überlegt. Ihr könnt alle in meiner Wohnung wohnen. Wenn wir alle was zusammenrutschen, passt das bestimmt noch irgendwie. Und mit dem Frieden kriegen wir es auch noch hin. Ganz easy. Ja. 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 Fürcht euch nicht, ihr Hirtenleute. Sie, ich bring euch große Freude. Allem Volk an allen Toren, denn der Heiland ist geboren. Er bringt den Frieden auf Erden und lässt Liebe in den Herzen werden. Das war gerade die Botschaft von den Kindern. Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens steht in Lukas 2, Vers 14. Oder wenn wir es heute ausdrücken würden, Frieden auf Erden, das ist das, was das Christkind mitgebracht hat. Gott wendet sich in Liebe den Menschen zu. Das ist Weihnachten. Aber schauen wir mal 2000 Jahre zurück. Eine tiefe Spaltung zwischen verschiedenen Gruppierungen. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die Steuern immer absurder. Seuchen halten das Land in Atem. Politische Unsicherheit und Krieg. Das war die Situation vor 2000 Jahren. Und dann kommen noch die persönlichen Herausforderungen dazu. Ich meine, wir warten seit Ewigkeiten auf den Messias, haben sich wahrscheinlich viele Juden gedacht. Wann kommt der denn endlich? So lange müssen wir schon auf ihn warten. Und dann, ich habe so viel mit mir persönlich zu tun. Habe ich da überhaupt noch Zeit und Platz zu glauben, zu hoffen? Gar nicht so anders wie heute. Harry hat es eingangs gesagt, wir kommen von einer Krise in die nächste dieses Jahr. Corona-Krise, Ukraine-Krise, Energie-Krise, Inflations-Krise, Klima-Krise, was auch immer noch die nächsten Krisen mit sich bringen. Angst vor der Zukunft, Unsicherheit, Zweifel in mir drin. Irgendwo können wir uns da alle wiederfinden. Die Sehnsucht nach Frieden ist riesengroß. Im Außen, also im Miteinander, aber auch in uns drin. Wir brauchen Frieden. Frieden auf Erden, Frieden in der Ukraine, Frieden aber auch in deiner Nachbarschaft. Frieden in deiner Familie, Frieden in deinem Herzen. Das brauchen wir. Und danach sehen wir uns. Und das Kind in dieser Krippe, das soll diesen Frieden bringen? Wir lesen in Jesaja über Jesus folgendes. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf das seine Herrschaft groß werde. Und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Ein Kind, auf dessen Schulter die Herrschaft eines Königreichs liegt. Und was sind das für Namen? Wunderrat, Gottheld, Ewigvater und Friedefürst? Friedefürst, sein Friedensreich hat kein Ende, sagt dieser Text. Aber ist mit ihm nicht sogar weniger Frieden in die Welt gekommen? Haben sich an seiner Person nicht noch mehr Menschen gespalten? Wurden in seinem Namen nicht sogar Kriege begonnen? Ja, sein Name wurde missbraucht für viel Leid auch in dieser Welt. Aber dieses Baby, dieses Kind in der Krippe hat einen Ausweg gezeigt aus Krieg, Hass und Spaltung. Und damit einen Weg in das Reich des Friedens gezeigt. Das Kind in der Krippe ist das große Zeichen Gottes dafür, dass von Gott Frieden kommt. Und Jesus wird später über diesen Frieden reden. Den Menschen zeigen, wie Frieden möglich ist. Nicht nur im Herz, sondern auch im Miteinander. Liebe, Vergebung, Barmherzigkeit, das sind alles Themen, für die Jesus selbst steht. Gott wollte nicht einfach alles Leid von uns nehmen, jeden Krieg mit übernatürlicher göttlicher Hand irgendwie lösen. Jede Krise für uns beiseite rücken, sodass wir irgendwie Marionetten sind von ihm. Sondern er wollte uns einen Weg zeigen, wie wir diesen Frieden bauen können. Wie wir Frieden schaffen können. Und das hat dieses Kind getan. Deswegen hat das Reich des Friedens kein Ende, weil es in uns weiterleben möchte. Weil wir diese Friedensbauer sein können. Ich möchte euch mitnehmen in eine Nacht vor 108 Jahren. 1914, Heiligabend, der Erste Weltkrieg. Es gibt ganz viele Fronten in Europa, eine besondere in Frankreich. Britische Truppen stehen deutschen Truppen gegenüber. Etwa 100 Meter, vielleicht vom Hallenende bis hier. Dazwischen ganz viele tote Soldaten. Aber es ist Heiligabend. Und britische Truppen sehen plötzlich, wie aus dem deutschen Schützengraben Kerzen kommen. Bäume hochgehalten werden. Und sie hören plötzlich. Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht. Ein britischer Soldat schrieb später, auf der deutschen Seite begann eine tiefe Stimme zu singen. Ich erinnere mich, dass mir dieses Lied ein deutsches Kindermädchen gesungen hat. Diese feierliche und zarte Stimme erhob sich aus dem Nebel. Alles war so sonderbar, wie in einer anderen Welt. Die Briten entschieden sich, zurückzuschlagen. Doch statt mit Kanonen sangen sie Noël, 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 Noël. Born is the King of Israel. Als sie gesungen hatten, geboren ist der König von Israel, da applaudierten die Deutschen plötzlich und ließen sich nicht nehmen und sangen O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Die britischen Truppen stimmten ein, O come, O ye faithful. Und die Deutschen kannten das Lied auf Deutsch und sangen deswegen Herbei, O ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend. Was muss das für ein Ereignis gewesen sein? Das sind zwei gegnerische Nationen, die dasselbe Weihnachtslied singen, inmitten eines erbitternden Krieges. Es wird berichtet, dass die Soldaten aufeinander zugegangen sind, sich fröhliche Weihnachten gewünscht haben, Geschenke ausgetauscht haben, sogar Fußball miteinander gespielt haben an diesem Tag. Tausende Soldaten haben inmitten ihrer toten Kameraden miteinander die Geburt des Friedefürsten gefeiert. Leider hat dieser Frieden, dieser Weihnachtsfrieden, dieser Heiligabendfrieden nicht lange angehalten, weil die mächtigen Entschieden, es muss weitergehen. Für den Frieden im Außen, im Miteinander braucht es Menschen, die wollen. Menschen, die den ersten Schritt gehen, die die Kerze anzünden und hochhalten. Menschen, die für den Frieden kämpfen, die Frieden leben. Und die Bibel sagt zu uns, haltet Frieden, so viel an euch liegt. Also gebt Gas, kümmert euch um Frieden, geht den ersten Schritt, kämpft für Frieden. Einer muss den Frieden beginnen. Übrigens genauso wie den Krieg. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts, hat Willy Brandt, früherer Bundeskanzler, einmal gesagt. Ja, so ist es, wir brauchen Frieden so dringend im Miteinander, aber auch mit uns selbst, in uns selbst. Frieden in uns selbst hat auch sehr viel mit dem Frieden untereinander zu tun, denn das, was wir im Innen haben, das kommt nach außen. Ernst Ferstl hat mal gesagt, wer mit sich selber im Frieden lebt, der kommt nicht in Versuchung, anderen den Krieg zu erklären. So ist es. Wer mit sich selber im Frieden lebt, kommt nicht in Versuchung, anderen den Krieg zu erklären. Ich habe das Produkt des Jahres 2022 für uns mitgebracht. Es hat das Toilettenpapier abgelöst und zwar ist es der Fiebersaft. Sehr hoch im Kurs. Falls jemand wirklich Bedarf hat und nichts mehr bekommen hat, könnt ihr heute zu mir kommen. Eine Flasche habe ich. Und Fiebersaft ist wunderbar. Ich habe drei kleine Kinder, ich habe das in den letzten Wochen mehrfach gebraucht und es tut wirklich gut. Aber wenn ich eine ganze Badewanne davon hätte und mich da reinlegen würde, dann keine Ahnung, vielleicht wird das was mit meiner Haut tun. Ich weiß, ich habe es noch nicht probiert, aber dafür ist es nicht gedacht, sondern es muss innen angewandt werden. Ich muss es trinken. Und wenn ich das in mir drin habe, dann entfaltet es seine Wirkung. Und so ist es mit dem Frieden. Der Frieden, wenn er in meinem Herzen ist, wenn ich den Frieden bereits in mir habe, dann spürt das auch mein Außen. Während es für den Frieden im Außen Menschen braucht, braucht es für den Frieden im Innen nur dich. Und das ist das Gute. Du kannst heute hier diesen Frieden erleben. Innerer Frieden beginnt in dem Moment, wo du entscheidest, Ereignissen und Umständen anderen Menschen nicht mehr die Macht zu geben, deine Gefühle und deine Gedanken zu kontrollieren. Innerer Frieden ist eine Gewissheit, dass egal was passiert, es gibt immer einen Weg. Und es gibt jemanden, der absolut vertrauenswürdig ist, der mit mir diesen Weg geht, der kennt den Weg und der geht mit mir diesen Weg. Und dieser innere Frieden ist unabhängig von den Umständen. Er erlaubt dir, über deine Umstände hinaus zu sehen, einen Punkt in der Ferne zu fokussieren, vielleicht das Licht am Ende des Tunnels bereits zu sehen und Kurs zu halten auf dieses Licht am Ende. Friede, innerer Friede wird vor allem deutlich im Sturm. Und ich liebe das Bild von dem Auge im Sturm. Große Wirbelstürme haben ein Auge mittendrin und da ist es total ruhig. Aber um dieses Auge herum tobt der Sturm. Und ich glaube, das ist möglich auch für uns zu erleben. Vor ungefähr zwei Jahren lag meine kleine Tochter Jemima, meine Prinzessin, im Krankenhaus hier in Gummersbach. Und sie hat seit ungefähr vier, fünf Tagen nichts mehr gegessen, musste dann, hat Flüssigkeitszufuhr bekommen. Sie lag eigentlich wie eine Leiche im Krankenhaus und war kurz vorm Nierenversagen. Der Arzt sagte, in der nächsten Stunde muss sie auf Toilette, also muss Pipi machen, sonst müssen wir sie verlegen und keine Ahnung, was dann passiert wäre. Und meine Frau hatte absoluten Frieden. Keine Ahnung, die war total entspannt und ich hatte Panik. Ich saß am Bett oder stand am Bett an diesem Gitterbett von meiner Tochter und habe aus dem Fenster geguckt. Und da war ein Baum und es landete plötzlich eine Taube auf diesem Baum. Ich habe das erst gar nicht realisiert. Taube, passiert. Bin auf Toilette gegangen und auf Toilette passieren die wunderschönsten Dinge. Das waren so anderthalb Quadratmeter Fliesen, weiße Fliesen im Krankenhaus. Also hässlicher kann der Raum nicht sein. Aber plötzlich habe ich in meinem inneren Auge dieses Bild von dieser Taube. Und es schießt mir wie so ein Blitz. Wofür steht diese Taube? Und ich spüre plötzlich, dass mir jemand sagt, ich bin doch da. Ich kümmere mich. Und ich gehe aus dieser Toilette raus, komme wieder in das Zimmer rein und meine Frau hält mir die schönsten Pampers meines Lebens vor Augen. Sie hat Pipi gemacht. Frieden. So ein Frieden, den ich da gespürt habe. Also schon vorher. In der Toilette schon. Plötzlich kam dieser Friede. So ein Frieden. Er ist möglich. Auch wenn um uns herum Chaos ist. Jesus hat das vorgemacht. Er schlief im Sturm, sagt die Bibel. Er schlief im Sturm. Die anderen hatten Panik. Er schlief. Er ging durch die Menschenmenge, die ihn umbringen wollte. Völlig gelassen. Und er ging sogar bis ans Kreuz. Er wusste, dass er sterben wird. Und er machte das bewusst. Jesus kannte den Frieden. Er verließ den perfekten Frieden, den Himmel. Das war die perfekte Gestalt des Friedens. Dort war Frieden. Dort wird immer Frieden sein. Und Jesus verließ das, um uns einen Ausweg zu zeigen. Aus Unfrieden. Durch Vergebung. Durch Liebe. Durch Barmherzigkeit. Und in der Begegnung mit dem Friedefürst kommt etwas von diesem himmlischen Frieden zu uns. In unser Leben. Der Friede, er ist nämlich eine Person. Jesus Christus. Das ist der Ursprung. Und wenn wir versuchen, Frieden zu suchen auf dieser Welt, dann werden wir immer an unsere Grenzen kommen. Wir werden nicht ankommen, wenn wir nicht bei Jesus suchen. Und das Herz Gottes ist tatsächlich Frieden, ihr Lieben. Das ist das Herz Gottes. Er möchte uns Frieden bringen. Er will Schalom, sagt die Bibel. Das ist der Gruß, den die Juden bis heute auch verwenden. Er bedeutet umfassendes Glück. Abwesenheit von Krieg. Ja. Harmonie in unseren Beziehungen. Ja. Inneren Frieden in uns. Ja. All das. Und noch mehr. Totales, umfassendes Glück. Das ist das Herz Gottes für dich heute Abend. Und deswegen ist das Kind geboren. Deswegen ist der Sohn uns gegeben, dass das möglich ist. Und dieser Friede ist zwar übernatürlich, wirklich übernatürlich. Nicht zu erklären, warum ich da auf der Toilette plötzlich diesen übernatürlichen Frieden bekommen habe. Aber er ist erlebbar. In unserer Mensch, in unserer Welt. Gewöhnliche Menschen können diesen Frieden erleben. So wie das auf dem Feld passiert ist. Bei den Briten und den Deutschen. Aber auch bei den Hirten. Übernatürlich. Und dennoch einfach erlebbar. Ich möchte euch noch ein Beispiel zeigen. Von einem Paar, das diesen Frieden erlebt hat, obwohl die Hölle los war. Vor einiger Zeit waren wir mit unserer Tochter Salome beim Kinderarzt. Und es schien auch alles normal. Das Einzige war, dass sie geschielt hat, was wir mir zum Augenarzt gehen sollten. Dort waren wir dann offen und haben erfahren, dass Salome auf dem rechten Auge blind ist. Wir haben erst fünf Tage danach dann erfahren, in der Spezialklinik in Essen, dass sie tatsächlich drei Tumore hat. Und auf dem rechten Auge komplett blind ist und das Auge nicht mehr zu retten ist und entfernt werden muss. Und das linke Auge behandelt werden muss. Für uns als Eltern war das dann ein extremer Schock zu hören, dass Salome Krebs hat. Wir wussten gar nicht, was das jetzt bedeutet für uns und für Salome. Und wie die weitere Therapie aussieht, was gemacht wird. Und bei uns sind echt Ängste hervorgekommen und wir wussten einfach nicht, was heißt das? Wie geht es jetzt weiter? Und auch wenn das Ganze echt einfach so herausfordernd war und wir einfach nicht wussten, wie schaffen wir das? Oder gerade deswegen haben wir gesagt, boah Gott, wir brauchen deine Hilfe. Wir wissen, du meinst es gut mit uns. Wir wissen, wir können dir vertrauen. Und wir haben uns echt entschieden, in dieser Situation das an Gott abzugeben und zu sagen, boah Gott, wir wollen darauf vertrauen, dass du uns da durchträgst, dass du uns die Kraft gibst, dass du uns deinen Frieden schenkst und einfach da durchführst durch diese Zeit. Und wirklich, das haben wir so krass erlebt. Vor einem halben Jahr hätte mich jemand gefragt, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass wir in so einer herausfordernden Situation so einen Frieden, der wirklich übernatürlich ist, erleben dürfen. Und ja auch so eine Gelassenheit und Zuversicht und sogar Freude erleben durften. Und wir haben auch wirklich Gott einfach in dieser Situation gesehen. Wir haben Wunder erlebt, wo Gebete erhört worden sind. Ich hatte einfach riesige Angst davor, dass Salome ihre Freude durch die ganzen Schmerzen in der Zeit verlieren wird, ihre Leichtigkeit. Und selbst in der Zeit, wo Salome große Schmerzen hatte, hat sie echt gestrahlt, hat sie so eine große Freude verteilt. Und das war echt auch für mich ein großes Wunder, was wir schon vor Ort erleben durften. Genau, und wir durften echt einfach erleben, dass wir Gott wirklich vertrauen können. Und das Vertrauen ist sogar noch mal mehr gewachsen. Und wenn Leute uns gefragt haben, wie es uns geht, konnten wir wirklich aus ehrlichem Herzen sagen, uns geht es gut. Und es ist okay, dass es gerade passiert. Auch wenn wir es nicht verstehen können, auch wenn wir das gerne gerade nicht hätten, es ist okay, dass es gerade passiert. Und Gott hat uns einfach so einen Frieden da ins Herz gegeben, den man menschlich nicht erklären kann. In der letzten Zeit ist uns ein Bibelfers sehr wichtig geworden, weil er eigentlich genau das so zusammenfasst und beschreibt, was wir erleben durften, dass wir unsere Sorgen und die ganze Situation so an Gott abgeben und er uns im Austausch statt zu seinen Frieden gegeben hat und auch jeden Tag neu gibt. Und der Vers steht in Philippa 4, 6-7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihnen. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über allen Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch im Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und wir durften in dieser schwierigen Zeit wirklich erleben, wie Jesus uns diesen tiefen Frieden geschenkt hat. Applaus 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 Ergimine Dine Schütze mich, deiner starken Hand. Wenn die Meere zoben Stürme wehen, werd ich mit dir übers Wasser gehen. Du bist König über Wind und Flut, mein Herz wird still, denn du bist gut. Um wohlzell euch, Bei deinem Gott, trau auf ihn und seine große Kraft. Wenn die Meritoben Stürme wehen, werde ich mit dir bis Wasser gehen. Du bist König über Wind und Flut. Mein Herz wird still, denn du bist gut. Mein Herz wird still, denn du bist gut. Jesus, ich hab gehört, dass du Frieden schenkst. Hast du auch Frieden für mich? Ich hab so viele Fragen. So viel, was ich nicht verstehe. Mein Herz tut weh bei all dem Leid und der ganzen Unsicherheit. Ich sehne mich nach Frieden, danach einfach wieder aufzuatmen, nach Hoffnung, nach Weitblick. Und ich glaube, das hast du alles für mich. Woher ich das weiß? Weil mein Herz bei dir ruhig ist. Jesus, hier bin ich. Ich wage es und öffne mich für dich. Genau hier, wo ich bin, mittendrin. Genau hier begegnest du mir. Dein Frieden findet mich. Du schenkst mir neu Zuversicht und lässt mich erleben, dass mein Herz bei dir sicher ist. Wenn du, wenn du hier auch bist. Das ist nicht das, was ihr weiß. Das ist nicht das, was du mir zufrieden. Aber ich werde auch an den Berg anbinden. Was ist nicht das, was das ist. Zander, cloudlifter, deliverer, attacher, truth lover, whoever could be. Please make her, please make her to me. Wenn die Meere zoben Stürme wehen, werd ich's mit dir übers Wasser gehen. Du bist König über Wind und Flut. Mein Herz wird still, denn du bist gut. Mein Herz wird still, denn du bist gut. Frieden ist möglich, mitten im Sturm. Und ich hoffe sehr, dass du gerade auch einen Moment des Friedens hattest, dass du etwas an Gott abgeben könntest und etwas von diesem Frieden erlebt hast und auch mit in die Weihnachtstage nehmen kannst, dass du aus diesem Frieden lebst, diesen Frieden weitergibst. Es gibt nur ein Problem, diese Friedensmomente lassen sich nicht ewig konservieren. Aber es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine Möglichkeit, den Frieden permanent bei sich zu haben. Und zwar, wenn wir den Friedefürst kennen, dann hast du die Quelle des Friedens an deiner Seite. Dann brauchst du nicht erst meditieren, dir gute Gefühle herbeizaubern oder in die Kirche gehen oder so. Nein, der Friedefürst ist an deiner Seite. Du kannst dich auf diesen Friedefürst besinnen. Er will immer bei dir sein. Friedefürst. Fürst, was ist das eigentlich für ein Begriff? Es bedeutet sowas wie Herrscher. Und so ist es. Gott ist der Herrscher dieser Welt. Jesus ist der Fürst des Friedens. Der Fürst dieser Welt. Ob ich es will oder nicht. Ob ich es akzeptiere oder nicht. Er ist der Herrscher. Und du wirst ewig nach Frieden suchen, wenn du ihn nicht bei Jesus, bei dem Herrscher suchst, bei diesen Friedewürsten suchst. Dort wirst du nämlich fündig. Du brauchst Jesus als den Fürst über dein Leben, um dieses Friedensreich eigentlich zu sehen und dauerhaften Frieden zu erleben. Die Bibel sagt, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Der sich fest an dich hält und dir allein vertraut, der bekommt Frieden. Die Engel sangen Frieden auf Erden. Neben diesem Frieden im Außen, also Miteinander und auch dem Frieden im Innen, haben sie eigentlich noch eine dritte Bedeutung. Und zwar haben sie von Frieden zwischen Gott und Mensch gesprochen. Frieden zwischen Gott und Mensch. Dieser Jesus würde einen Frieden schaffen, den die Menschen so sehr dringend brauchten. Denn bis dahin hat Gott die Strafe gesühnt. Also wenn jemand Schuld auf sich geladen hat, dann musste er bezahlen dafür. Und dann lesen wir in Jesaja, dass da jemand die Strafe auf sich genommen hat, damit wir Frieden haben. Und dieser jemand ist Jesus Christus. Er trug die Strafe, die Schuld, damit wir Frieden haben. Und das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Die gute Botschaft ist, dass Gott Frieden hat, geschlossen hat mit uns. Und Jesus hat das möglich gemacht. Und jetzt können wir, dieser Friedefürst lädt uns ein, zu Gott zurückzukommen. Zu seinem Herz, an sein Herz. Und zwar ohne Angst, sondern mit Vorfreude. Mit Vorfreude, weil dieser Jesus es gut mit uns meint. Weil dieser Gott es gut mit uns meint. Er möchte diesen Shalom, diesen ewigen Frieden, dieses ewige Glück. Und darauf weisen die Engel hin, wenn sie singen Frieden auf Erden. Ey, es ist Frieden mit Gott. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Wenn ich diesen Fürsten also zum Freund habe, dann habe ich den Frieden bei mir. Und ich lebe im Frieden mit Gott. Und das ist heute unsere Einladung an euch, an dich. Begegne diesem Friedefürst heute. Und nimm ihn mit. Erlebe ihn täglich. Jeden Morgen wartet er auf dich. Er möchte mit dir durch diesen Tag gehen und dir Frieden in diesem Tag geben. Teil von der Weihnachtsgeschichte sind nicht nur die Hirten. Sondern es gibt ja auch diverse andere Personen. Und wir kennen die drei Weisen aus dem Morgenland. Oder die Könige, wie auch immer man sie nennen möchte. Die trugen eine Krone. Und sie kamen zu diesem Kind in der Krippe. Und was machten sie dort? Sie legten ihre Kronen nieder. Und sie gaben diesem Kind Geschenke. Ich meine, was ist das eigentlich für ein kitschiges Bild? Das sind erwachsene Männer. Einflussreiche Persönlichkeiten. Und die verbeugen sich vor einem Kind. Bringen diesem Kind Geschenke mit. Und legen sogar ihre Krone ab vor diesem Kind. Sie verbeugen sich vor diesem Kind. Warum machen sie das? Weil sie ein Gespür hatten dafür, dass dieses Kind ein besonderes Kind ist. Ich habe meine Krone abgelegt. Vor diesem Kind in der Krippe. Das habe ich gemacht und gesagt, Jesus, du sollst mein Friedefürst sein. Du sollst mein Friedefürst sein. Und das haben auch die Weisen aus dem Morgenland gemacht. Die Könige. Die haben ihre Krone abgelegt und gesagt, hey, du bist der Fürst über mein Leben. Und diese Einladung richte ich heute an dich. Dass du ebenfalls diese Entscheidung triffst und deine Krone ablegst vor diesem König, der dir Frieden schenken möchte. Und sagst, hey, du bist der König, der Fürst meines Lebens. Vielleicht bist du aber auch noch gedanklich gar nicht vor dieser Krippe. Sondern du bist nur auf der Suche. So wie das die Weisen auch ein Stück weit waren. Dann lade ich dich heute ein, diesen Gedanken mitzunehmen. Dich weiterhin auf die Suche nach diesem Friedefürst zu machen. Bis du vor seiner Krippe stehst und ihr begegnest. Nachdem die Hirten zur Krippe kamen, dann lesen wir von der Maria, die das ja alles mitbekommen hat, folgendes. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Das wünsche ich dir, dass du diese Worte der Engel mitnehmen kannst. Frieden auf Erden, das hat das Christkind euch gebracht. Wenn ihr heute Abend eure Geschenke auspackt und darüber nachdenkt, was das Christkind oder seht, was das Christkind euch gebracht hat. Frieden auf Erden. Gott wendet sich euch in Liebe zu. Und das größte Geschenk, was Gott uns machen konnte, war Jesus Christus selbst. Jemand hat mal gesagt, wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst doch ewig verloren. Wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst doch ewig verloren. Das größte Geschenk, was du Gott heute machen kannst, ist, dass er in dir geboren wird. Und dazu laden wir dich heute ein. Wenn du dieses Geschenk Gottes annehmen möchtest für dich, dann laden wir dich ein, heute das Fest zu machen, mit Menschen darüber zu sprechen. Wir haben eine sogenannte Connect Lounge, die ihr im Hintergrund seht, die ist auch gleich hell beleuchtet. Und dort warten Menschen auf euch, die gerne mit euch beten würden, die euch segnen wollen. Die haben auch ein Geschenk für euch, wenn ihr sagt, hey, ich möchte, dass dieser Fürst meines Lebens ist. Wenn ihr da nicht hochkommt, es gibt auch Leute, die unten stehen, die auch dort unten für euch beten können an den Ausgängen. Ihr habt gleich die Möglichkeit, dort hinzugehen. Wenn du, wie schon gerade gesagt, eigentlich noch nicht vor der Krippe stehst, aber merkst, du hast Unfrieden in dir. Du brauchst, dass jemand dir diesen Frieden abnimmt. Auch dann laden wir dich ein, dort hinzugehen und einfach, dass jemand für dich betet, dich segnet. Und dieser tiefe Friede, der von Gott kommt, dein Herz erfüllt und dich die Weihnachtstage begleitet. Dazu laden wir dich ein. Also herzliche Einigung, dort hinzugehen. Die Menschen, die dort auf dich warten, die haben so ein wunderbares Schild. Und auch hier leuchtet es nicht, aber dann dunkel leuchtet es. Sondern wie auch immer das heißt, ich habe es vergessen. Jetzt möchte ich euch einladen, aufzustehen. Denn ich möchte euch auch noch mal mit diesem Frieden segnen, bevor wir gleich noch weiter zwei Lieder singen. Der Friede Gottes, der größer ist, höher als alles, was wir uns vorstellen können, der übernatürlich ist, der erfülle euch, der bewahre euch, der begleite euch. Jetzt und für immer, in diesen nächsten Weihnachtstagen, dass ihr ein friedvolles Jahr 2022 beenden könnt. Gott segne euch. Amen. Wir wollen diesen Fürsten jetzt anbeten. Wir sind davon überzeugt, dass er der Herrscher, der Fürst dieser Welt ist. Und das tun wir jetzt in den gemeinsamen Liedern. Herr, ich komme zu dir. Und ich stehe vor dir. Und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir. Und ich schütze mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume auch. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen. Du bist Sorgen für mich. Gott, ich bin mein Herz bei dir. Und ich komme zu dir. Und ich hast dich verborgen. Ich freue mich auf dich. Und ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund Fülle mich neu mit deinem Geist Denn du bewegst ein Lob in mir Komm, füll uns mit deinem Frieden heute Oh, wir lieben dich, Jesus Herr, ich komme zu dir Und ich stehe vor dir, so wie ich bin Alles, was mich bewegt, lege dich vor dir Herr, ich komme zu dir Und ich schüttel mein Herz bei dir auf Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, Bäume auch Oh, meine Sorgen sind dir nicht verborgen Du wirst sorgen für mich Oh, voll Vertrauen Voll Vertrauen will ich auf dich schauen Herr, ich baue auf dich Gib mir ein neues Lied in meinen Mund Komm, fülle mich neu mit deinem Geist Denn du bewirrst dein Lob in mir Du bist Liebe und vollkommen gut 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 Gib mir ein neues Lied in meinen Mund Fülle mich neu mit deinem Geist Denn du bewegst dein Lob in mir Danke Jesus, dass du ein nahbarer Gott bist Dass du zu uns gekommen bist Um uns zu zeigen, wie sehr du dich nach Beziehung mit uns sehnst Danke, dass du unser Leben und unser Herz mit Frieden füllen möchtest Wir lieben dich, Jesus Danke, dass du so gut zu uns bist Wir haben so viel Grund zur Freude, Jesus Wir freuen uns über dich Und wünschen uns, dass die ganze Welt sich mit uns freut Freue dich, wenn dein König lacht Mach deine Tore wein Er kommt nach seines Vaters Der Herr der Herrlichkeit Der Herr der Herrlichkeit Der Herr, der Herr der Herrlichkeit Und wir singen laut Und freu dich, wenn Freu dich, wenn Sing, sing, sing Und wir singen laut Jesus kommt bald Mach dich bereit Er hilft aus Sünden Sein siebter Herz Und wir singen laut Und wir singen laut Und wir singen laut Und wir singen laut Freuet euch doch, weil Jesus singt Sein Wirt die ganze Welt Der Satansrat da niederliegt Weil Christ ihn hart gefällt Weil Christ ihn hart gefällt Weil Christ, weil Christ ihn hart gefällt Freude, Freude, und wir singen laut Freude, Freude, und wir singen laut Freude, Freude, große Freude, wir veregeln dich so sehr Herr, der Liebe, Herr, der Ege, unser Herz gehört nur dir Freude, Freude, große Freude, wir veregeln dich so sehr Herr, der Liebe, Herr, der Liebe, unser Herz gehört nur dir Und wir singen laut Freude, 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 und wir singen laut Freue dich, Welt! Ihr Lieben, war das nicht wunderbar? Gebt am Bett mal einen Applaus. Ihr dürft euch setzen. Ihr Lieben, Weihnachten ist ein Fest, damit wir uns freuen können. Aber auch hier im oberbergischen Kreis gibt es Menschen, gibt es Kinder, gibt es Jugendliche, die keine Freude an Weihnachten erleben. Und wir haben die gute Tradition, dass wir einmal im Jahr für Menschen Geld sammeln, die hilfsbedürftig sind, was wir sonst in Gottesdiensten nie machen. Und dieses Jahr möchten wir das Projekt Lebensfarben unterstützen. Lebensfarben kümmert sich um Kinder und Jugendliche, deren Eltern entweder psychisch krank sind oder suchtkrank sind. Kinder, die keine normale Kindheit haben. Und Lebensfarben unterstützt diese Kinder, macht Dinge möglich, berät Kinder, kauft diesen Kindern und Jugend etwas und versucht sie, versucht ihnen eine ganz normale Kindheit zu geben. Wir möchten euch und wir können euch das versprechen, dass jeder Cent, den wir heute einsammeln, den wir nicht als Kirche für uns benutzen, sondern zu 100 Prozent und noch mehr an Lebensfarben abgeben. Wir möchten euch jetzt ein Video zeigen gleich, was Lebensfarben macht. Aber vielleicht hast du ja heute Mittag schon am Glühweinstand dein ganzes Geld für Glühwein ausgemacht oder Bier, wer weiß. Hey, ihr habt auf eurem Platz so eine Kontaktkarte liegen, so einen Flyer liegen. Und da drin ist ein QR-Code, wo du auch direkt per Paypal spenden kannst. Alle, die ihr online zuschaut, bei euch wird jetzt auch ein QR-Code eingeblendet. Wir möchten unsere Gesellschaft positiv prägen. Deswegen tragen wir unseren Teil dazu bei. Und gleich nach dem Video habt ihr die Möglichkeit, ein Lächeln, Freude ins Leben von Menschen hineinzugeben. Ich bin eine Mama mit Beeinträchtigung. Ich bin krank. Und durch Lebensfarben hat sich unsere Situation sehr zum Positiven verändert. Erst für meinen Sohn, der eine ganze lange Zeit lang Unterstützung hatte, und jetzt auch für meine Tochter. Ich spüre sehr, sehr viel Dankbarkeit dafür, dass ich mit sehr viel Liebe und Geborgenheit groß werden durfte und dass ich das jetzt einfach ein Stück weit an sie weitergeben darf. Also ich habe lange gebraucht, bis ich mir Hilfe geholt habe. Und ich denke mal, vielen Eltern geht es genauso. Aber der Weg lohnt sich. Auf jeden Fall. Also Lebensfarben hat uns sehr weitergeholfen. Eltern, die eben eine psychische oder eine Suchterkrankung haben, dass sie eben bei uns im System ansonsten total untergehen. Und dass die immer erst behandelt werden, wenn sie selber auffällig werden. Und genau das wollen wir mit Lebensfarben vermeiden, um zu gucken, dass es gar nicht erst dazu kommen muss, dass die Kinder auch Probleme entwickeln, sondern sie frühzeitig eben auch in eine andere Welt zu entführen und zu zeigen, dass es Menschen gibt, die für sie da sind und dass immer und auch bedingungslos für sie da sind und wir einfach verlässlich sein können für die Kinder. Ich würde es eigentlich gut sagen, weil ich finde, meiner Mutter geht es halt jetzt auch viel besser, tut mir das. Dass ich jetzt mit meiner Patenschaft da bin, ich glaube, das hilft mir dann immer. Wir werden jetzt so Beutel durch die Reihen geben und ihr dürft jetzt in dieser Zeit großzügig reinschmeißen, um diesen Jugendlichen und Kindern zu helfen. und ihr könnt, J которую wir finden! Untertitelung. BR 2018 Ihr Lieben, vielen Dank. Ihr könnt auch gerne weitergeben. Wenn ihr Infos zu Lebensfarben haben möchtet, die Damen und Herren stehen oben rechts in der Ecke von mir aus rechts und können euch mehr darüber erzählen, was sie machen. Ihr Lieben, was wäre Heiligabend ohne euch? Ich möchte euch von Herzen Danke sagen, dass du heute Abend da warst und deine Zeit investiert hast. Vielleicht fragst du dich, warum wir als Kirche so Gottesdienste machen. Unser größtes Herz ist es, euch zu sagen, dass Gott für dich ist und nicht gegen dich ist. Dass Gott dich liebt und dass es lohnt, diesen Gott zu suchen. Wenn du heute hier sitzt und sagst, hey, ich habe Herausforderungen, ich habe Sorgen, ich habe Herausforderungen, die ich nicht an einem bewältigen kann, dann darfst du so gerne zu der Connect Lounge oben kommen. Das sind Menschen, die dir gerne helfen, die dir gerne zur Seite stehen mit Rat und Tat. Wenn du sagst, ich würde auch gerne mehr mit Kirche zu tun haben. Hey, im Oberbergischen Kreis gibt es so viele Kirchen. Schau dir an, welche Kirche dir gefällt, worauf du Bock hast und geh da hin. Vielleicht sagst du, du brauchst ein geistiges Zuhause. Wir als Kirche würden dir natürlich auch gerne helfen. Wenn du zu uns Kontakt haben möchtest, in diesem Flyer gibt es eine Kontaktkarte digital und auch, du kannst es per Hand machen. Du kannst es gerne ausfüllen, oben reinwerfen und wir werden uns bei dir melden. Am 29.01. startet unsere neue Gottesdienstserie in der Halle 32. Wir treffen uns alle zur Woche in der Halle 32, feiern da Gottesdienste und wir würden uns freuen, dich da zu treffen. Oder du gehst einfach auf die Homepage start.kirchefüberberg.de und holst dir all die Infos, die du suchst. Was bleibt mir noch zu sagen, ihr Lieben? Ich möchte Danke sagen und ich wünsche euch von Herzen ein fröhliches, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Genießt es richtig. Wir wünschen euch so sehr, dass der Frieden, den Gott euch gibt, ihr mit hinausnehmen könnt, dass ihr ein erfolgreiches, ein fröhliches und gesundes Leben habt. Gott mit euch und jetzt kommt das Finale. Seht auf den Stern von Beglehem, von Beglehem, denn Gottes Wort, es wurde Mensch, ein Kind ist uns, geboren heut, der Wetter der verlorenen Welt. Oh, hört die Engel und lass uns ihn anbeten. Friede herrscht und sag, Gott ist mit uns. Völlig Mensch und völlig Gott. Er kommt zu uns in unsere Not. In Liebe herrscht er auf den Thron. Das Lob gebührt nur Gottes Sohn. Oh, hört die Engel singen. Komm, lass uns ihn anbeten. Friede herrscht, unser Gott ist mit uns. Friede herrscht, unser Gott ist mit uns. Heilig, 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 heilig Jesus, wir verheern dich. Friede herrscht, unser Gott ist mit uns. Friede herrscht, unser Gott ist mit uns. Lass uns doch mal alle gemeinsam aufstehen und zum Ende zusammensingen. Oh, lasst uns anbeten. Lasst uns unseren König anbeten. Oh, lasst uns anbeten. Oh, lasst uns anbeten. Oh, lasst uns anbeten. Den König. Oh, lasst uns anbeten. Oh, lasst uns anbeten. Oh, lasst uns anbeten. Wir geben dir die Ehre. Wir geben dir die Ehre. Wir geben dir die Ehre. Den König. Den König. Oh, lasst uns anbeten. Oh, lasst uns anbeten. Wir bieten den König. Wir wünschen euch frohe und besegnete Weihnachten. Kommt gut nach Hause. Hey, was war das für ein Gottesdienst, oder? Ich weiß nicht, was du mitgenommen hast, aber mich hat dieses Bild berührt, dass Jesus mitten im Sturm ist. Als Alina das Lied gesungen hat, da wurde ich zurückerinnert ein paar Wochen vor uns. Wir waren im Krankenhaus, haben uns von meiner Mama schon verabschiedet, weil sie so krank war und haben das Lied gesungen. Und wir haben diesen Frieden erlebt. Der Friede ist für dich auch möglich. Und das ist auch die Botschaft, die wir heute ausgesendet haben. Wir haben aber noch ein Geschenk für dich, Birte, und das darfst du gerne präsentieren. Vielleicht hast du den Papa im Himmel schon kennengelernt und vielleicht hast du ihn heute zum ersten Mal getroffen. Und wir würden dir gerne weiterhelfen, wie die nächsten Schritte für dich aussehen können. Wie der Harry schon gesagt hat, unter der Website staat.kirchevoroberberg.de findest du alles, was du für deine nächsten Schritte brauchst. Sowohl Tipps und Tricks, wie es weitergehen kann, als auch eine Kontaktkarte, wenn du sagst, wir dürfen auf dich zukommen und du möchtest uns kennenlernen. Genauso findest du da auch alles, was du brauchst für den nächsten Gottesdienst, wie, wo, wann und wie du dabei sein kannst. Und genauso wollen wir auch gerne für dich zu Hause beten. Wenn du sagst, du hast ein Gebetsanliegen und wir würden dich gerne segnen, dann findest du auch eingeblendet jetzt eine Telefonnummer. Das ist die 02261 288 771. Da kannst du gerne eine Textnachricht hinschreiben. Wir würden uns freuen, wenn wir für dich beten dürfen. So, so gut. Werte, das hat so Spaß gemacht. Du bist auf dem Punkt vorbereitet. Du kannst sogar die Telefonnummer auswendig. Das ist unglaublich. Das war so schön. Und jetzt verabschieden wir uns, glaube ich, für unsere Zuschauer. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Natürlich wünschen wir das unseren Zuschauern online. Macht's gut. Schön, dass ihr mit dabei wart und dass wir euch mit reinnehmen konnten in diesen Gottesdienst. Wir wünschen uns frohe Weihnachten und feiern schön. Genau. Genießt das Weihnachtsfest. Ciao. Ciao.